hallo leute und herzlich willkommen zu dritten part von let's play full bald so wehe die webcam verkackt jetzt weil ich habe jetzt vorhin smash aufgenommen und die webcam war sowas von angst ich könnte sowas von kotzen es merkt einfach nur und ich weiß nicht was der grund dafür ist und wenn es jetzt wieder passiert raste ich aus wirklich schmeiß die flasche gehen hier jetzt mal auf free bald und denken uns nichts böses noch nicht jedenfalls okay alles gut alles noch gut alles super wunderbar nun gut also wir waren in der letzte folge waren wir ein bisschen wandern könnte man sagen und haben uns schön viel eisen gegönnt das werden jetzt erstmal schon beraten und uns eisen zeugs machen und werden dann auch bisschen dafür sorgen dass wir unsere grundstück allgemein verbessern und cool dass meine werkbanken geklaut werden das ist sehr geil wer klaut bitte werkbanken ja wer von euch das auch immer war ihr seid ob da große ja okay wir brauchen für acht wir tun jetzt einfach mal so viel rein und unten haben wir halt nicht so viel das ist jetzt meine wurst so viel kohle habe ich halt noch nicht so jetzt verteilen wir das hier auf acht so 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 meine ölefen laufen noch hochtouren hochtouren und wir gönnen uns nämlich die ersten zwei stück weil ich brauche nämlich eine schere und vielleicht wisst ihr schon für was für blätter die gönne ich mir jetzt nämlich damit ich mein grundstück endlich mal ein bisschen naja ich weiß schon so wie die hier gemacht haben das möchte ich auch machen mit diesen glättern hier wie es auch wunderschön aussieht ich denke das müssten eigentlich genug sein ich bin mir nicht so ganz sicher das sind bestimmt so ein stack oder vielleicht eher mehr eigentlich das erste müsste das dann halt reichen ich komme jetzt nicht ganz hoch so komme ich noch also habe ich jetzt mehr als zwei stück ist gut aber jetzt bauen wir auch gleich mal das holz ab hier ich dachte schon keine komischen über mein eigenes grundstück das wäre es jetzt ja es packt wieder neu willst das ist ziemlich nervig alter alle aufzubacken schaut wie hart das packt ist das echt zum kotzen oah echt man ok nun denn mein kleines häuschen wird auch nicht mehr lange stehen sag ich euch auch so und jetzt können wir schon mal wir machen das jetzt so 1 2 3 4 nochmal da auf 1 2 3 ne 1 2 1 4 ne oh man ich pack jetzt habe ich ja machen wir es einfach so was ist jetzt auch los ich bin mir immer nicht sicher wie ich das so mache hm ich würde halt gerne irgendwie da oben ein Geländer hin machen ne egal hier 4 hier ich weiß nicht machen wir es erstmal so irgendwie 1 2 3 4 ja hier haben wir es dann wenn wir hier dann den Eingang dann noch jeweils 1 weiter so jetzt hätte ich gerne ein Geländer jetzt haben wir ja ein bisschen Holz hier drin müsste eine Werkbank sein nein das ist nett das ist ja super so zack das Holz gefällt mir irgendwie das sieht schon mal so scheiße aus mal schauen wie das aussieht zuerst machen wir uns jetzt mal ähm zack zack so ich würde dann jetzt auch was soll ich machen ich finde es dann nicht so schlecht ich finde es dann nicht so schlecht das machen wir jetzt einfach so und jetzt dann hier so ich glaube das ist dann 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 So und uns setzen noch ein, naja ich brauche jetzt noch ein paar Geländer, was machen wir jetzt richtig, ooooh, alter, du Hurespinne ey, also Leute, wenn die Webcam diesmal versagt, dann lade ich das so hoch, tut mir leid an die Leute, die mich jetzt echt wunderhübsch finden, aber ich kann leider nichts machen, ich kann nicht auch 5 Aufnahmen machen, die verkacken und dann die hochladen, das ist ne Rüge, wenn ihr sagt, das mache ich jetzt mal nicht, deswegen werde ich das jetzt so oder so hochladen. So und ich brauche jetzt nochmal ein paar Stück, reichen die noch? Die reichen nicht, doch, die kann man reichen, aber das muss ich auf der anderen Seite machen, ooooh, scheiße. Ja, das wird schon ziemlich schön, glaube ich. Und hier kommt dann glaube ich auch, ähm, so was hin vielleicht. Naja, das müssen wir alles noch probieren. So, machen wir das erstmal. So und zack. Ist das nicht ein schöner Eingang? Ich fände es jetzt halt noch besser, wenn man da oben, hier, das jetzt noch weiter mit dem Geländer macht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, da würde ich ja vielleicht, ich würde es auch, äh, erhöhen einfach. Passt du auf, mal schauen, ich probiere mal wie das aussieht. So, 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 zum Beispiel. Was sieht denn das aus? Ist jetzt nicht so, als würde es schlecht aussehen, aber, hm. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, ne? Da würde ich hier lieber nochmal, so, pass auf. Ich frag, ich frag mich einfach mal wie das aussieht. Ich mach's jetzt einfach. YOLO. Einfach YOLO. Ich möchte jetzt wissen, wie das aussieht. So. Wie sieht das aus? So schlecht sieht es doch nicht aus, oder? So schlecht sieht es nicht aus. Scheiße. Ich finde echt, das sieht nicht schlecht aus. Obwohl, naja, das sehen wir, das... Ich brauche jetzt aber keinen, hm. Da kommen die bei Treppen hin. Und, äh... Und, äh... Passt auf. Solche. Jetzt machen wir. Zack, 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 zack. So. So passt das. Ganze rein, wieder raus. Jetzt ist es hier drin, hier mit dem Stein. Das müssen wir weg erstmal. Sieht doch gar nicht schlecht aus, oder? Also, das mit dem Gedanke, das müssen wir jetzt noch mal machen. Das ist kein Problem. Die haben hier ein Loch, ist das nicht gut. Ich frag mich, ob meine Nachbarn überhaupt mal wieder auftauchen. Hm. So, 20 Stück. Das müsste reichen, hoffentlich. Ja, für beide Seiten müsste es reichen. Ja, ich mach jetzt mal ganz schlampig hier, äh... Warte mal umbauen. So. Zack. Zack, 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 zack. Oder vielleicht sollten wir... Ja, jetzt habe ich sowieso kein Holz mehr, die Art, oder? Hm. Dann könnte ich vielleicht noch... Hm. Machen wir es vielleicht so? Wir können hier in den Ecken nochmal einen Cobblestone nehmen, ne? Das ist eine Idee. Ja. Ja. Wir können das Cobblestone hier. Wir können das Cobblestone auch mal später zu, äh... Brickstone. Wenn dann, ne? Dann sieht es vielleicht auch schöner aus. So. Das ist jetzt unser Eingang. Bis jetzt. Ich denke, der wird auch erst mal so bleiben. Hier kommt jetzt sowieso noch eine Wand hin, ne? Die Grenze hier, die will ich... Ja, obwohl doch, ne? Da kann ich keine Wand hin tun. Ne, das kann ich einfach nicht zumachen. Das ist alles, der da scheiße ist. Hm. Ne, das muss jetzt erst mal so bleiben. Und dann wird hier durchgezogen. Bis nach da hinten. Da hinten muss ich keine Grenze machen, finde ich. Ich werde da noch ein bisschen... Das hier irgendwie verschönern. Das kommt ja noch mit der Erde hier. Nach allem. Ja, aber... Oh, ich hab Essen. Ich brauche Essen. Friss. Friss, Digga. Friss. Es so viel du kannst. Ich brauche auch Essen, ey. Ich muss auch mal was einpflanzen. Wenn meine Nachbarn haben welche. Aber die sind irgendwie nie on. Zurzeit. Die waren nur in dem Tag an. Anscheinend haben die keinen Bock mehr. Kann auch sein, ne? Die Nachbarn. Hm. Fünf. Ne, alle sind sehr viel. Doch. Nein. Keine Ahnung. Das sind also viel, ne? Zwei. Zwei. Vier. So. Und dann sind sie auch noch so. Mhm. Ich muss jetzt aber auch mal markieren wo... Ne halt bis ganz nach hinten, ne? Ja. Ja. Pff. Toll. Ja dann. Ist halt gut. Aber ich muss dann halt auch... Scheiße, ich brauche eine Erde. Ich muss gleich, ähm... Das machen wir jetzt auch noch in der Folge. Das ist eine Erdefarm da unten, ne? Das was da unten ist, die Erde. Die kann man nicht fahren. Die braucht ja keiner. Ja. So. So. Bis hier hin. Geht die Grenze dann. Ja. Bis dahin. Da machen wir von da jetzt auch was. Ja. Bis dahin. Ja. Vier. Eins. Zwei. Ne. Vier. Sind das vier? Ja. Das sind vier. Oh boi. Und dann ist er auch. Keine Fehler machen am besten. Oh, die kommen aber schon zusammen. Das ist ja perfekt. So. Schon mal die Grenze, ne? Man sieht schon, jetzt bildet sich mein Grundstück langsam, ne? Das ist sehr gut. Oh mein, jetzt muss ich da echt einen Teppel hochmachen, ne? So. Also für diesen ganzen Schritt brauchen wir ganz schön viel Holz später. Ne? Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Wir können dann auch, ähm, da können wir theoretisch einen kleinen, so einen kleinen Posten machen. Passt auf, warte. Ähm. Ja genau, mit der Axt abbauen ja wohl. Das machen wir jetzt nur noch schnell. Ne, ne, ne. Ja wohl doch, 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 doch. Das machen wir jetzt noch. Das ist vielleicht doch ganz cool. Mal hier so. Mal hier so. Und jetzt kann man, so. Ja, da brauche ich noch viel mehr. Ja, da brauche ich noch viel mehr. Ich mache das dann so. Und zack. So. Und dann kann man hier so ein bisschen rausschauen und allem. Das ist ja bestimmt auch ganz cool. Das muss man dann auch verbessern. Ja. Aber das, 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 das sehen wir dann schon. Jetzt gehen wir erstmal zurück in meine Arbeitshalle. Und gucken mal, wie weit das Eisen ist. Ist bestimmt schon fertig, ja. Ist das auch? Alles fertig. So ist das schon gut. Und jetzt, wenn wir nach unten gehen, also unter diese Plattform. Ich möchte das heute fertig kriegen mit der Herde hier. Das machen wir jetzt noch. Dann machen wir uns jetzt noch ein paar Eisen schaufeln. Zwei Stück, das müsste gehen. So. Gut. Dann würde ich sagen, auf geht's hier. Alles wegfahren, was geht. Ganze Erde, die keiner braucht. Alles, was hier drunter ist. Neu genug hier. Hier fahren wir jetzt schön viel ab. Und dann können wir auch die Plattform schließen. Und mein Grundstück ist fast vollendet. Ich hoffe ja nur, dass die Webcam nicht abkackt, ey. Sonst muss ich echt ohne Webcam machen und das ist echt schade. Ich will auch nicht ohne Webcam aufnehmen, das ist schon ein bisschen scheiße. Vielleicht wird es sein, dass mit PC eine lange Zeit anders ist. Boah, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Nicht viel Stacks habe ich. Ja, guck mal, wie weit ich komme jetzt da. Oh. Ich bin schon drüber. Ja, das muss ich sowieso auch weg machen. Das machen wir jetzt. Auch wenn es nicht immer auf meinem Grundstück ist, aber so aus reiner Schönheit. Ja, das ist neben meinem Grundstück. Und das möchte ich auch nicht verunschiedet haben. Oh, das war mein Handy. Scheiße. Ich weiß nicht, dass ich den Ton an habe. Ja, hoffentlich. Na, egal. Ich kann eigentlich nicht noch mehr Nachrichten. Das wird gar nicht passieren. Mann. Fresse-Handy. Wird mir voll leid. Das reicht noch nicht, jedenfalls nicht für beides. Kann man sagen, dass es leicht ist. So ist das. Gut. Jetzt fehlt nur noch hier. Das ist alles. Da müssen noch mehr Erde fallen. Naja, aber wenigstens ist das Grundstück fertig und wir könnten dann endlich an dem Hausbau beginnen. Beziehungsweise an dem Waldbau. Ich muss nämlich noch im Wald pflanzen. Ja, vor meinem Grundstück möchte ich nicht gerne im Wald pflanzen werden. Allgemein drumherum. Dann komme ich ganz leicht an Holz. Ich werde einfach die ganzen Zepplinge sammeln. Und da ich gemerkt habe, dass in die Zepplinge geklaut wurden bzw. mein Baum auch abgeschnitten wurde und sogar werkbar geklaut werden, heißt das hier, scheint, dass Griefen allgemein dann irgendwie doch toleriert wird. Also da macht man halt nichts dagegen. Man kann halt protekten. Das habe ich jetzt leider nicht gemacht. Aber trotzdem. Okay. Deswegen werde ich mich jetzt auch nicht wie das Engelchen benehmen und auch mal irgendwo hingehen. Wenn ich einen Wald finde, neben irgendjemanden, werde ich den auch einfach mitnehmen. Ich werde den einfach hin, den Wald. Ich werde einfach hin die Sätze genommen nehmen. Dann werde ich alles hier zu pflanzen und sonst den Sätze nehmen. Dann wird das hier auch alles bald so in den Wald. So. Dann machen wir das jetzt hier zu. So. Dann machen wir das jetzt hier zu. Das geht dann. Nein, das reicht immer noch nicht. Hier kommen schon mehr. Das haben wir gleich. Okay. Ich dachte schon, das Wasser geht nicht weg. Ja. Noch ein bisschen brauchen wir noch. Ja. Die erste Schoffel ist schon mal kaputt. Ja. Ich denke, das ist eigentlich nicht viel. Das kleine Loch da. Das kriegen wir ganz schnell weg. Ja. Dies müsste schon reichen. Ah scheiße. Oder auch nicht. Oh oh. Oh oh. Oh oh. 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 Geländer. Hier ist halt noch keiner, aber da kommen wir auch noch. Ich habe nichts dagegen, dass jemand reinkommt, deswegen habe ich da jetzt auch keine Tür oder so. Naja, vielleicht sollte ich doch an die Tür jetzt reinmachen, weil immerhin, ich will nicht, dass jemand hier noch ruft, aber das kann man noch. Ich überlege gerade, ob ich das hier auch machen sollte. Ich muss nämlich auch noch hier ein paar Facken dran machen. Ich habe gesagt, passt, wo sind die Facken? Ne, dann sind die falsch. Das hier ist also unser Grundstück, das ist jetzt eigentlich relativ gut. Ich überlege jetzt, wie rum mache ich das, weil es ist ja eher so länglich. Wenn ich jetzt fliegen könnte, dann kann ich jetzt perfekt schauen. Von oben ist das bestimmt so länglich und vielleicht mache ich das Haus auch so rum. Also, dass es in die Richtung schaut oder in die Richtung. Ich weiß nicht, was in der Richtung so schön sein soll. Deswegen mache ich es doch lieber in, dass es in die Richtung schaut. Oder in die. Ich weiß es nicht. Oder ich mache es einfach echt so. Ne, es muss ja nicht, wie bis es groß sein wird. Kann es ja auch. Man sieht ja, es ist ja ganz nah am Rund. Hier fängt es an. Bis, ja, hierhin. Also hier muss halt noch zwei Platz sein wenigstens, wenn man hier überlaufen kann. Ja, das reicht auf jeden Fall. Ja, das muss echt nicht sein. Die Frage jetzt, was die Form des Hauses ist. Also ich werde jetzt erst mal nur ein bisschen ganz, 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 ganz grob markieren. Nein, das ist falsch. Ja, das ist ganz grob markiert jetzt. Und vielleicht soll ja noch ein Hintergarten kommen, was zum Pflanzen. Und hier möchte ich eigentlich nur so einen Kiesweg mit Bäumen und alles. Das wird eigentlich ganz schön sein. Also es sollen nicht viele Bäume nur einbauen oder so. Und dann hat hier immer ein Haus. Das ist relativ groß, zwei Stockböcke. Ich weiß schon, wie die Form ist. Ähm. Ich weiß nur schon, ob ich das auch hier hinkriege. Naja, okay. Jedenfalls, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.